Millionen Rentner haben Anspruch auf Wohngeld. Viele stellen von ihnen aber keinen Antrag. Das muss doch nicht sein. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Im Jahr 2024 werden rund 700.000 Rentnerinnen und Rentner erstmals Anspruch auf Wohngeld haben. 2020 waren es, ich möchte die Zahl wirklich nur praktisch so ausdrücken, dass es nicht falsch verstanden wird, gerade mal 620.000 Haushalte mit Wohngeldzuschuss. 2024 wird sich die Zahl derer, die Wohngeld bekommen als Rentner oder Anspruch darauf haben, auf insgesamt 2 Millionen erhöhen. Das heißt also, 2 Millionen Rentenempfänger in Deutschland hätten dann Anspruch auf Wohngeld. So die Statistiken, meine Damen und Herren. Auch Sie, auch Rentnerinnen und Rentner, können Anspruch auf Wohngeld haben, meine Damen und Herren. Und viele Rentnerinnen und Rentner wissen nicht, dass sie zusätzlich einen Anspruch auf dieses Wohngeld haben. Natürlich ist es so, dass das Wohngeld sich danach richtet, wo sie wohnen, wie viele Menschen in ihrem Haushalt leben und wie hoch die Mieten vor Ort sind. Berechnet wird hier die monatliche Brutto-Kaltmiete, also die Kaltmiete plus Betriebs- und Nebenkosten, aber ohne Heizung. Und das Nettoeinkommen muss unter einer bestimmten definierten Grenze liegen. Und diese Grenze liegt ab im Jahr 2023 bei rund 2.080 Euro Brutto-Monatseinkommen. Die Miete und der Heizkostenzuschuss, die man bekommen kann über das Wohngeld, sind pro Quadratmeter aber auch gedeckelt im Wohngeldrecht. Und da liegt ungefähr dieser Deckelungsbetrag bei 2,30 Euro pro Quadratmeter Wohnung. Und Wohngeld gibt es aber nur für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, deren Rente nicht unter 1.000 Euro netto im Monat liegt. Denn diese Leute bekommen dann kein Wohngeld, sondern die müssen dann zur Grundsicherung gehen und dort die entsprechende Grundsicherung beantragen. Also wer Grundsicherungsanspruch hat, hat keinen Anspruch auf das Wohngeld. So ist die aktuelle Rechtslage. Und für Rentnerinnen und Rentner gilt so eine Faustregel, die sagt, die Einkommensgrenze bei einer Rente liegt Brutto bei 1.772 Euro. Darüber wird dann kein Wohngeld mehr gezahlt. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, warum ich auch so Alarm schlage. Für die Zukunft wird das vielleicht sogar noch viel, viel schlimmer werden mit den Zahlen. Dann reden wir hier nicht mehr von einer Million Rentner, die Wohngeldanspruch haben oder zwei, sondern reden wir hier von vier, fünf, sechs Millionen Rentnerinnen und Rentner, die dann alleinstehend nur eine Rente bekommen, die unterhalb der sogenannten Standardrente, der Eckrente in Deutschland liegen. Das sind aktuell in Deutschland etwa 1.600 Euro Brutto für 45 Jahre Arbeit, wenn man da durchschnittlich verdient hat. Durchschnittlich heißt, wenn man dann ein Einkommen hatte, was dem vorläufigen Durchschnittsentgelt 2023 zum Beispiel entspricht für dieses Jahr oder dann dem vorläufigen Durchschnittsentgelt für das Jahr 2024 von über 45.000 Euro Bruttojahreseinkommen entspricht, was ja schon eine ganze Latte Holz ist. Das muss man ja erst mal verdienen. Viele von Ihnen werden das gar nicht verdienen. Deshalb können Sie Wohngeldanspruch haben. Wohngeld und Eigentum ist auch möglich. Das heißt also, ein Ein-Personen-Haushalt hat ein Schon-Eigentum von 60.000 Euro und ein Zwei-Personen-Haushalt 80.000 Euro. Sie können das letzten Endes sozusagen hier auch für sich behalten. Meine Damen und Herren, warum beantragen Sie Ihr Wohngeld nicht? Haben Sie doch einfach keine Angst. Sie müssen sich doch gegenüber dem Wohngeldamt nicht dafür rechtfertigen, dass Sie diesen Anspruch geltend machen. Ob Sie das Wohngeld dann bekommen, ist noch eine völlig andere Frage. Oftmals ist es so, dass die Ansprüche deshalb nicht gestellt werden, weil Sie befürchten, dass Sie aufgrund bürokratischen Aufwandes am Ende doch nichts bekommen. Und viele von Ihnen aber wissen schlichtweg einfach gar nicht, dass Sie möglicherweise Anspruch auf Wohngeld haben. Meine Damen und Herren, es gibt beim Bundesministerium für Wohnungen und Mieten oder wie auch immer dieses Ministerium heißt, gibt es einen Wohngeldrechner. Oder im Internet finden Sie auch dazu entsprechende Wohngeldrechner. Da können Sie einfach mal Ihre Brutto-Netto-Einkünfte mal reingeben und dann mal rechnen. Das sind relativ seriöse Wohngeldrechner und da können Sie einfach mal rechnen und mal durchprüfen, ob Sie eventuell Anspruch auf Wohngeld haben. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie in die Nähe kommen, wenn Sie also eine Rente haben, die über 1.000 Euro netto ist und die unter 1.400, 1.500 Euro netto liegt, dann sollten Sie bitte einfach beim Amt anfragen bei Ihrer Wohngeldstelle vor Ort und einen entsprechenden Antrag stellen. Mehr als Nein sagen können die Herrschaften nicht und dann können Sie das selbstverständlich, wenn dann ein ablehnender Bescheid bekommt, auch nochmal prüfen lassen, ob das korrekt erfolgt ist. Aber ich würde mir an Ihrer Stelle nicht zu schade sein. Gehen Sie dahin und holen Sie sich Ihre Wohngeldkohle. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel